Musik Chemiker Sei immer ehrlich Zufriedenheit Unehrlichkeit Koch Süßigkeiten Machiavelli Als Medienmacher Schwer zu antworten für mich. Ich würde sagen Persönlichkeiten wie Dönhoff. Ehrlich gesagt Klassikmodelle, Ebay, Amazon und Google. Ein mobiles Gerät, auf dem ich alles empfangen kann. Ein gutes Buch. Und damit komme ich aus. Unabhängigkeit Gesundheit Und immer ein Lächeln Wir werden ihn nicht vergessen. TORI 2 TV Das Branchenfernsehen Und Unabhängigkeit